Bei der jüngsten Stadtratssitzung am 24. September wurde der neue Beigeordnete der Stadt Midweida gewählt. Laut Oberbürgermeister Ralf Schreiber kamen letztlich zwei Kandidaten in die engere Auswahl. Rechtsanwältin Katrin Weber aus Borna sowie Rechtsanwalt Holger Müller aus Midweida. Nach einem geheimen Wahlverfahren des Stadtrates und Auszählung der Stimmen fiel die Entscheidung mit eindeutiger Mehrheit auf den Midweidaer Holger Müller. Er wird nun bei der nächsten Stadtratssitzung offiziell als neuer Beigeordneter vereidigt.